Moin zusammen und herzlich willkommen zurück zu The Long Dark. Wir wollen noch mal kurz loslaufen. Ich hatte mir überlegt, ich frage noch mal kurz Öhmchen. Sie sind zurück. Ja, ich bin ja wieder. Ja, ich bin noch immer wieder auf meinen Freund. Alles, was du anmerken kannst, kann helfen. Sie sagten, es waren schlechte Menschen, die aus dem Tunnel kamen. Your friend, the woman, she must have passed through there. Tunnel? The only way through the mountains. The only way she could have gone. Mhm. Grandmother wants to know what happened in the night. I heard the angry voices, the angry wind, but... The rest is a mystery. Geh in den Tunnel und erzähl mir, was du findest. Okay. Schneestürme. Du hast einen Sturm erwähnt. Ab und an rauschen hier Schneestürme von den Bergen durch. Dann sitzen die Leute in ihren Häusern fest oder schlimmer. Schlimmer? Sie wandern ziellos im Kreis umher und sterben dann kurz vor ihrem Haus. Manchmal sogar direkt davor. Und sie sagen, die graue Mutter wäre blind. Schneestürme. Also Schneestürme hat mir... Du hast einen Sturm erwähnt. Achso, okay. Jetzt können wir nochmal durchklicken. Wölfe. Es gibt da draußen viele Wölfe. Sobald die Leute weg sind, sind sie schon zur Stelle. Hast du eine Idee, wie ich mich verteidigen könnte? Mein Gewehr bleibt schön bei mir. Es gibt da aber vielleicht noch andere Methoden. Früher verjagten wir sie mit Feuer. Eine Fackel wäre die Lösung. Wir basteln sie eben aus Holzstöcken und einem in Petroleum getränkten Lappen. Das wäre... Das werde ich mir merken. Dankeschön. Abgeschlossen. Es ist schon eine Weile her, dass die graue Mutter jemand bekochen durfte. Nimm dir etwas Suppe, bevor du gehst. Äh, danke. Ja, wäre gut. Tagebuch aktualisiert. Dann luschern wir da auch mal ganz kurz rein. Die graue Mutter scheint müde zu sein. Blabla. Das haben wir schon. Und er suche den Tunnel, der aus Milton herausführt. Die graue Mutter möchte wissen, was dort passiert ist. Geh doch selber, Mann! So. Nebenstory. Ach, guck mal hier. Aktuelles Vertrauen, Beschreibung, Vertrauen. Die alte Frau. Warte. Ah, interessant. Ach, guck mal, hier sind die ganzen Briefe. Guck mal. Und ich hatte schon Schiss, dass die vielleicht mal ein Inventar zumüllen. Okay, also müssen wir die Sachen tatsächlich mitnehmen. So, die graue Mutter. So, dann müssen wir erst mal das machen. Das haben wir auch. Suche ein Geheimversteck mit den Anweisungen auf der Höhlenverstecknotiz. Okay. Gut, das werden wir auf jeden Fall als erstes machen. Für Schrank, wo ist denn meine Suppe? Da haben wir die Suppe direkt bekommen. Nope. Das ist... Ja, aber ich suche eigentlich... Nach der Suppe, die sie mir versprochen hat. Ofen. Ofen. Nee. Brennzeit. Gefrierschrank. Nimm dir etwa Suppe. Ach, da unten. Ach. Ausgemachte Suppe. Essen. Wir gehen aber erst mal oben auf den Berg und gucken da uns erst mal um. Ob wir vielleicht finden wir ja noch mehr Lebensmittel. Das stand ja zumindest in der Notiz, dass da ein geheimes Lager sein soll. Und da gehen wir auch als erstes erst mal hin. Und wir sollten vielleicht Fackeln mitnehmen. Jo. Ging's... Nee, wollen wir mal. Es ging hier in deinem Haus nach oben, oder? Ging's hier hoch? Nee. Ging doch da hinten hoch. Alles klar. Fackeln. Ja, Fackeln müssen wir mal gucken, dass wir uns mal ein bisschen Holz organisieren. Und dann haben wir ja noch das Petroleum dabei. Äh... Navigation. Karte öffnen. Ah, wir haben jetzt eine Karte. Graue Mutter. Tunneleinsturz. Wilden... Wilden Haus. Da ist die Kirche. Da ist Milten Haus. Ach, hier müssen wir hin. Guck mal. Tunneleinsturz. Die Graue Mutter. Und da ist die Tankstelle. Vorratsverstecke. Ah. Erkennen sie das abgestürzte Flugzeug. Aber dann sind wir hier doch schon dran vorbeigegangen. Kurzwellenturm. Hier hoch. Hm. Na, gehen wir erst mal ein Stück. Na, so viel. Wir haben nur noch 0,14 Liter. Da hätten wir gleich mal was abkochen sollen. Ja, gut. Machen wir gleich, hoffe ich. Ja. Mal vorsichtig gucken. Mal vorsichtig gucken. Mal vorsichtig gucken, ob das für eine Zeit her ist. Ja. 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 So, mal gucken, ob das von der Zeit her reicht. Ja, deswegen haben wir ja extra hier das Viech gehäutet. Können wir eigentlich, ich muss mal eben kurz was gucken, ob wir hier schon irgendwas machen können, warten. Äh, warte mal, wir müssen mal schauen, ob wir nicht hier irgendwie aus Holz, können wir hier irgendwas machen? Aktion? Zerlegen, ne, das können wir nicht. Naja, wir brauchen also tatsächlich ein richtiges Holz. Hier geht's zum Funkturm. Naja, es ist zwar kalt, bringt zwar jetzt nicht allzu viel, aber wir müssen noch mal was essen. Und ist alles nix. 110, 110. Hier ist auf jeden Fall eine Kiste. Ich bin mal gespannt. Was ist das? Holzbrikett. Oh, nette Handschuhe. Arbeitshandschuhe. Nett. Aber das war nicht das, was wir finden wollten. Das war nicht das. Über der Stadt. Wir sind jetzt da. Und da müssten wir eigentlich hin. Hier ist die Vorratskiste. Also, da oben? Hinter dem Felsen wahrscheinlich, ne? Da ist eine Leiche. Oder? Tatsache. Pfeilspitze. Ah. Eine Metallspitze für einen Pfeil, die notgedrungen aus Metallschrott gefertigt wurde. Aha. Also wissen wir jetzt auf jeden Fall, was wir schon mal mit dem Metallschrott anfangen müssen. Kräenfeder. Ich würde mal sagen, die Kräenfedern brauchen wir nachher, um Pfeile herzustellen. Bin ich mir sehr sicher. Die Frage ist natürlich, wie kommen wir sonst noch an Federn ran? Müssten wir im Prinzip ja Vögel jagen. Aber das was wird. Und das Gehäule von den Wölfen fand ich jetzt auch nicht so witzig. Da würde ich eigentlich ungerne reingehen, ganz ehrlich, weil ich gar nicht, weil ich gar nicht weiß. Weil ich gar nicht weiß, was da A drin ist und B haben wir gar keine Fackel. Da traue ich mich ehrlich gesagt nicht rein. Wir sollten erstmal zurückgehen. Ich will mir erstmal ein bisschen Fleisch braten bei Oma. Dann hauen wir uns den Wands voll und dann latschen wir nochmal hier hoch, weil ich irgendwie ist mir das nicht so ganz koscher. Das ist mir nicht koscher. Die Frage ist aber, ob wir uns aus dem Metallschrott... Wir hätten... Scheiße, wir hätten dem mal... Das Metallschrott mal mitnehmen sollen. Hätten dann mal gucken sollen, ob wir da nicht irgendwas draus zimmern können. Obwohl, hatten wir das nicht... Hatte ich das nicht auch irgendwo schon eingelagert, ein Stück? Ich behaupte aber mal, dass wir da sicherlich noch Werkzeug verbrauchen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einfach mal ebenso aus Metallschrott irgendwelche Pfeile craften können. Das wäre mir jetzt ein bisschen... Wäre mir schon fast ein bisschen zu einfach. Mal kurz gucken, ob wir irgendwo Wölf hier in der Gegend rum oxidieren. Pfeilspitze. Warte mal. Müssen wir eben kurz gucken, können wir vielleicht... Ne, das können wir nur ablegen. Dann müssen wir gleich mal gucken wegen der Arbeitshandschuhe. Metallschrott. Da war nix. Irgendwo hatte ich... Hätte ich nicht auch Metallschrott hier irgendwo? Mach hier nicht. Ach hier, Altholz. Da können wir mal ein bisschen was mitnehmen. So. Coole. Ne, hatte ich doch nicht mitgenommen. Gut. Okay, dann müssen wir nochmal sehen, dass wir vielleicht in Zukunft, dass wir da nochmal gucken gehen. Lass wir vielleicht da nochmal gucken gehen. Wir brauchen auf jeden Fall erstmal eine Fackel. Zum Craften. Zum Craften. Eine Feder einer Krähe. Wenn du diesen Fall anbringst, erhältst du einen stabilisierten, brauchbaren Pfeil. Ja, aber brauchen wir müssen aber dafür ja erstmal gucken, wie wir das überhaupt gänzlich herstellen können. Oh, ich kann nur noch an Essen denken. Keine Stöcker. Okay. Aber wir können doch, glaube ich... Das Holz, das können wir auch nicht weiter runterbrechen. Schade. Fackel hätten wir. Dann packen wir sie wieder zurück. Dann packen wir sie wieder zurück. Das da rüber. So, Axt haben wir dabei. Eine Fackel hätten wir. Wir brauchen Stoff. Nee, Haut. So, das können wir wieder da anpacken. Fleisch sollten wir auf jeden Fall auch mal braten. Hier hat man nichts von da an Stoff, ne? Mou. Öl. Lampenöl. Okay. Okay, okay, okay. Hm. Wir müssen sowieso noch Wasser abkochen. Also wir haben noch einiges zu tun. Wir müssen hier uns erstmal noch ein bisschen vorbereiten. Stoffe. Stoffe und Stöcker brauchen wir für Fackeln. Frage ist natürlich, ob wir alles an Stoffen verballert hatten. Aber ich glaube, ein bisschen was hatten wir noch da. So. Fackel. Eine Fackel hätten wir. Da, 18 Mal Stoff haben wir noch. 18 Mal Stoff hätten wir noch. Wir brauchen einfach nur noch ein paar Zweige. Und Lampenöl haben wir nun auch. Was ist hier mit? Tragen. Aktion. Lampen reparieren. Füllen. Sturmlaterne. Auffüllen. Lassen wir es mal. Lassen wir es mal. Ist mir noch ein bisschen zu, ein bisschen zu heikel. Wir werden erstmal ein bisschen Wasser kochen. Wasser kochen. Drei Liter machen wir mal. Zwei Liter. Achso, nee. Wasser kochen wollte ich ja. Wasser kochen. Kochen. Ja, haben wir ja. Kommt schon. Obwohl, wenn wir so weit schon sind, dann können wir eigentlich, glaube ich, alles gleich kochen. Was soll's. So, Schnee schmelzen. Fünf. Ich weiß auch nicht immer, wo er sich den Schnee mehr herholt. Vielleicht will ich das auch gar nicht wissen, aber das ist, finde ich immer ein bisschen merkwürdig hier, das Ganze. So, Dosenkaffee. Wir machen erstmal das geschmacklose Reh. So, dann werden wir erstmal garen. Weil hier kommt es ja nicht so drauf an. Hier können wir, glaube ich, kochen wie die wilde Wurz. Das ist, glaube ich, Wurscht hier. Wir essen ja gleich was. Keine Sorge. Erstmal das ganze Fleisch abkochen. Beziehungsweise abbraten. Und dann ziehen wir uns noch das zähe Schweinefleisch rein. Sehr schön. Und Tesschen Kaffee noch dazu. Genau. Trinken wir und Tesschen Kaffee dazu. So, alles klar. So, was vor der Hand? Wir wollen erstmal das Dosenfutter uns reinpfeifen. Ein bisschen Fleisch. Ein bisschen was zu trinken. Da hätten wir den Kaffee, als er es trinken sollen. Tasse Kaffee. Trinken wir erstmal den. Ah. Temperatur steigt. So gehört sich das. Achso, ich wollte schon sagen, wo ist eine Schlafsack hin? Aber der liegt ja nicht. Ach, ein Glück. Gut. 1500. Wie viel machen wir bei 12? Ja, schlafen wir mal 12 Stunden. Sonne geht gerade auf. Sehr gut. Das müssen wir ja natürlich auch wieder. So. Schnee schmelzen machen wir. Wie viel Liter machen wir da? Nicht trinkbar. Machen wir mal 2 Liter. 2 Liter schmelzen. Die kochen wir uns gleich noch ab. Und dann nennen wir die auch mit. Und dann gehen wir gleich mit der Fackel los in diese Höhle, wo wir vorhin waren. Ich kann mir vorstellen, dass wir da vielleicht dieses Lager finden. So, Wasser kochen. 2 Liter kochen. So, das haben wir auch dabei. Jetzt haben wir 3,6 Liter dabei. Das sollte erstmal reichen. Okay. Aua. Gut, hier gehen wir mal los. Ich möchte durch die Höhle durch. Das ist natürlich noch nicht die Höhle, wo wir von der Story-Mission her hin sollen. Wir sollen natürlich durch diesen richtigen Tunnel durch. Aber in der Höhle, da müsste irgendwo, entweder in der Höhle oder nachher dahinter, müssten wir eigentlich diese Vorratskiste finden. Mit dem Essen. Und das sollten wir nicht ungenutzt lassen. Ich meine, wenn da schon Vorräte drin liegen, warum sollen wir die nicht mitnehmen? Und wenn wir sie nachher nur weglagern, das wäre eigentlich auch wurscht. Was, abgelegt? Nein, nicht ablegen. Mitnehmen. Ich glaube, ich spinne. Ich muss mal eben kurz meine Tastaturbelegung hier mal kurz durchprobieren. Okay. Äh, Feuer? Nee, wollte ich gar nicht. Ich muss mal die Tastaturbelegung noch mal ein bisschen ändern. Irgendwie taut hier nicht ganz hin. So, hier können wir uns gleich nochmal die Stöcker nochmal mitnehmen, für den Fall, dass wir uns unterwegs gleich noch eine Fackel machen müssen. Frisch ein Lammöl haben wir ja dabei. Und Stoff haben wir auch dabei. Da ist mal nur ein Stück damit. So, da geht es zur Antenne, wir müssen aber da runter. Hü-hü-hü. Mülle! Geheimversteck durch So- Ah! Okay. War das jetzt schon die... Äh... Offensichtlich schon. Weil jetzt wird das nämlich als Höhle hier markiert. Ich hätte aber ganz ehrlich auch gedacht, dass hier wesentlich mehr Vorräte sind, als das, was wir gefunden haben. Und da sagt er, er hat Schiss in die Höhle zu gehen, weißt du? Vor allem so ein kleines Stückchen. Kohle. Kohle nehmen wir mit. Ist das auch cool? Ja. Das sind normale Steine. Na gut. Die können wir, glaube ich, erstmal löschen. In Ordnung. In Ordnung, in Ordnung, in Ordnung. Schön wäre es natürlich jetzt noch, wenn wir uns irgendwie Pfeil und Bogen craften können. Das wäre natürlich super. Aber ich denke mal, das werden wir vielleicht erst später lernen. Oder durch die Bücher. Aber ich wüsste jetzt nicht, wie man durch die Bücher lernen kann. Da habe ich jetzt bis jetzt nichts gefunden. Obwohl das mich echt wundert. Also viele Bücher, es gab ja viele Bücher, wo Symbole drauf waren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass diese Bücher keine Bewandtnis haben. Aber die waren auch nicht gesondert markiert oder sonst irgendwas. Also es ist so ein bisschen... Bisschen komisch, das Ganze. Eine Sache will ich noch mal kurz craften. Fackel vielleicht. Wir können jetzt natürlich mal Richtung Frühling gehen. Da wollten wir eh hin. Die Sonne ist ja auch noch nicht ganz draußen. Naja gut, das fällt jetzt sowieso nicht so wirklich stark auf bei dem Wetter. Aber da sollten wir jetzt auf jeden Fall mal hin. Okay, machen wir uns mal auf den Weg. Obwohl mich würde... Was mich noch interessieren würde... Ich glaube, bei der Bank war das, ne? War das nicht die Bank? Mit den Tresoren? Wo ist denn der Wolf? Was ich ganz cool finde, ist, dass die Wölfe auch wieder zurückziehen. Also wenn du sie nicht direkt angreifst, dann tun sie dir im Prinzip auch nichts. Also die waren ich quasi einmal vor. Und dann ist auch gut. Das finde ich schon persönlich nicht schlecht. Aber irgendwann werden wir mal in die Verlegenheit kommen, dass wir die auf jeden Fall... Dass wir die dezimieren müssen. Ach guck mal, hier war das genau. Hier war das mit den Tresoren. Hier war das leer. Banktresor. Ich wette, dass da der Schlüssel drin ist. Ich weiß nicht, wie wir das mal hinkriegen. Ich würde das echt interessieren, wie wir das... Ich würde mal sagen 35. Ich würde mal eine Sache probieren. So, wir sind jetzt auf 0. 30. 30. Es ist einfach nur drehen, 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 drehen und im richtigen Umblick loslassen. Aber... Ich weiß nicht, ob wir das irgendwie hören können. Ob man das irgendwie... Ob man gewahrschaut wird. Die Richtung ist auf jeden Fall verkehrt. Also auf jeden Fall immer nach links. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4. Ne, funktioniert so nicht. Ah, Mist. Kann man, wie gesagt, ich finde das schwierig, dass man das hier nicht irgendwie ein bisschen mit Gefühl machen kann, weil ich wüsste jetzt nicht, wann ich immer... Ich weiß nicht, wann ich das Schloss loslassen soll, dass er dann richtig klackt. Ja, da schon wieder, wie will ich das wissen? 34 oder bei 33, warte mal, ich versuche noch mal was. Ah, siehste, das habe ich mir doch schon gedacht. Okay. Jetzt glaube ich, weiß ich hier so einigermaßen. Ne, weiß ich nicht. Also 33. Und so bummlich 33 war das. Schloss 33. So, da klackt er auf jeden Fall. Es ist auch rückwärts. Ne. Was tut mir leid, dass ich da so ein bisschen rumexperimentiere, aber ich muss erst mal gucken, wie das hier gediegen funktioniert. Also auf jeden Fall... Genau. So. Jetzt probiere ich es mal andersrum. Okay, ich würde mal sagen... So, das ist rechts rum. Ich würde mal sagen, 40 links rum. Das ist auch nochmal das Ganze. Okay, und jetzt 40 links rum. Ne, es war früher. Es muss hier irgendwo sein. Vielleicht 43, können wir mal probieren. 43, also 33 rechts, 43 links. 33. So. 43 links. Ist. Muss es 44 sein. 44 links. 44 links. 44 links. Ha. Ah, siehste. Mist. 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 45 war das. 45. 45. War auch eher 32. Siehste, komm mal 32 rechts. Und 45 links. Ha. Siehste. Also nur die Frage, ob wir... Also das ist 32 rechts, 45 links. Und das nächste ist wahrscheinlich auch nochmal rechts. Nein. Mist. 32. 45. 15. 15 rechts. 15 rechts. Ah. Gut. Also 33. Da muss ich nochmal komplett drehen. 32 rechts. 32 rechts. 32 rechts. 45 links. Und 15. Ah. 15. So. Sorry, dass es ein bisschen dauert. Aber wir wollen es ja auch rausfinden. Wir wollen ja auch solche Kleinigkeiten rausfinden. 32. Oder auch nicht. Jetzt muss ich wahrscheinlich einmal komplett rum. So. 45. Und 13, ja. 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 Katsching. Sag jetzt nicht, da ist nur Papier drin. Buch. Geld. Geld, Geld, Geld. So. Banktresor. Blocked. Can't get in here yet. Kann doch nicht. Nee. Da brauchen wir ein Code für. Frage ist, ob wir den Code hier finden würden. Stapel Papier, Metallregal, Karton. Blocked. Can't get in here yet. Abgeschlossen. Locked. Can't get in here yet. Bargeld. Ja. Die Frage ist, was... Bargeld. Wofür brauchen wir Bargeld? Bargeld. MRE. Wir haben auch sowas in der... Was haben wir auch nirgends, ne? Barcode. Nun gut. Ich glaube an dieser Stelle machen wir ein kleines Päuschen. Ich werde mal ein bisschen überlegen. Es war doch noch einer, der hier in der Nähe gelebt hat. Der in der Bank angeblich gearbeitet haben soll. Da hatten wir doch irgendwas von gelesen. War das nicht so? Oh, warte mal. Hier ist noch ein Brief. Hier hängt noch ein Brief. Brief. So, Space lesen. Brief der Bank von Milton. September 2012. Sehr geehrte Mitglieder. Aufgrund der globalen Wirtschaftslage, die Ihnen allen bekannt ist, müssen wir leider unseren Betrieb einstellen. Alle Bankdienstleistungen werden hiermit bis auf weiteres eingestellt. Das ist Management. Ja. Okay. Irgendwo hatte ich irgendwas gelesen von so einem... Hm. Ich würde das echt mal interessieren, wenn wir einen Schlüssel brauchen. Wo könnte dieser Schlüssel sein? Aber der wird ja nun auch nicht gerade hier im Auto irgendwo rumliegen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Was? Komm, warum näher. nichts irgendwo hatte ich doch schon was geliehen wir haben hier die Briefe im Sturm verirrt Rucksack in einer Höhle Gesangbuch Mitteilung Gemeinde St. Christopher ein Stück Papier das du im Post ab Milton gefunden hast kommen wir gleich nochmal rein ein Schlagbrett im Laden Tankstellen Shop Mühlenversteck Funkturm sind vor ein öffentliches Schreiben meine Mitglieder was war denn das? Priester Skype Irgendwo hatte ich doch mal irgendwas gelesen von einem Bankenmitarbeiter Irgendwo hatte ich doch mal was gelesen Ich komme mich da jetzt nicht drauf Ich komme noch nicht drauf Irgendwo ich meine irgendwo was gelesen zu haben was das angeht So eigentlich wollte ich die Folge schon längst beendet haben oder? Nun gut Ich würde sagen wir gehen doch mal in der nächsten Folge mal so langsam in die Richtung Ich denke mal da sollte Ja Da sollte die Grau Was ist die Graumutter? Die Graumutter ist da? Tunnelleinsturz Da müssen wir auf jeden Fall hin Und das schauen wir uns mal in der nächsten Folge an Wir haben jetzt gerade Tag Müssen mal sehen wie weit wir kommen In diesem Sinne Vielen Dank fürs Vorbeischauen fürs Zuschauen fürs Durchhalten fürs Daumen drücken etc. pp. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge Dann lauen Tag wieder Macht es gut Tschüss